So, ich begrüße euch zur Demo, 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 Artikel 13, Demo, 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 am 23. in Berlin. So, meiner, einer ist echt, da sind die Ausweise dafür, ja, damit man filmen darf. Und hinten steht auch drauf, was man filmen darf und wie man filmen darf. So sehen halt Ausweise aus, wenn man einen Film machen möchte. Man weist sich aus und spricht dann darüber. Dieser Videoclip heute bedarf 40 Jahre Jubiläum, wir haben 40 Jahre Jubiläum. Wir haben angefangen mit solchen Kameras, wir haben auch mit Büchern gelernt und alles, ja. Solche Kameras kamen damals, 6000 Magma, eben so eine Schulterkamera. Dann wurden auch ganz teure Videoeinheiten mit Jogchuttle, damit man synchronisiert arbeiten konnte. Dann hat man natürlich mit den sogenannten Altcomputern gearbeitet, wo auch Stars vorstanden, oh, bin ich schon drin? AOL zum Beispiel. Oder man hatte uralte Sachen, uralte Monitore etc. Man hat halt mit sehr alten Sachen damals Filme gemacht, geschnitten und auch die erste Tricktechnik wurde dann verwandt. Man hatte Kontrollmonitore, man hatte Schnittcomputer, man hatte auch Schnitt-VHS-Geräte. In der heutigen Zeit hat man nur ein Gerät und das nennt man Smartphone. An sich brauchen wir das doch alles gar nicht mehr, wir brauchen nur noch ein Smartphone. Und jetzt komme ich auch dazu, ich drehe jetzt keinen Film, das ist mein Ausweis. Ich gehe jetzt auch nirgends mehr hin, um einen Film zu drehen. Wir feiern jetzt 40 Jahre, wir sind über 50 Jahre involviert in der Technik, Computertechnik. Und wenn man die Aussagen von Herrn Voss, die Aussagen von Frau Merkel, die Aussagen der Politiker sich anhört, dass das Neuland wäre, fragt man sich jetzt wirklich beruflich involviert. Seit 1960 gibt es Computer, die auch benutzt wurden für die Mondlandung etc. und pp. Diese Computer wurden weiterentwickelt und heute hat man so ein Smartphone. Wenn man die richtige Technik verbinden würde, könnte man, so nehme ich an, auf der ISS, die einzige Mondstation, die wir da oben haben, sicherlich auch telefonieren, wenn dazu irgendwie die Technik angereiht worden wäre. So, worauf will ich hinaus? Demo, 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 Demo. Fossil und Herr Voss, dieses Fossil, was die Demoartikel der 13 Gegner bzw. Nichtbefürworter auf den Weg bringen werden. Ich will hoffen, dass sie das richtig machen. Ich will hoffen, dass nicht nur junge Leute dort sind, die halt das Geschenk, das World Wide Web Geschenk, das vor 30 Jahren auf den Weg gebracht worden ist, von Sir Tim Berners-Lee, der jetzt sagt, ich brauche ein Manifest, bitte helft mir für mein Manifest, für mein neues World Wide Web, für meinen neuen Browser Solid. Ich möchte das revolutionieren. Also, Sir Berners-Lee möchte das Monster-Internet schließen und möchte ein neues. Er möchte die sogenannte GACFA, Amazon, Google, Facebook und wie sie alle heißen, ein bisschen... Ich meine, Trump sagt sich auch, ihr wollt Amazon platt machen, da will ich bei sein, sagt sogar der Präsident Trump. So, wir haben Frühling, ihr marschiert auf, ihr seid in Berlin, ihr seid gegen Artikel 13. Ich finde das sehr, sehr lustig, wie Herr Forst sagte in der Tagesschau, dass er doch noch was anderes im Angebot hätte, ist logisch. Die Reformierung ist von 0 bis, ich habe es jetzt nicht alle durchgelesen, wir sind ja am 13er hängen geblieben, wegen diesem sogenannten Upload-Filter. So, wir als Firma, 40 Jahre dabei. So, am Anfang war die Industrie, wissen wir alle, die schwere, dann kam irgendwann mal die Industrie 3 mit Zuhilfenahme von Computermaschinen, die dann im Büro, die Revolution des Büros angefangen. Dann kamen ja die Pixelfäter in den 70er, 80er, 90er Jahre. Da kam es und dann kam ja das Jahr 2000 und fast jeder ging da online. Und heute haben wir Wahnsinnssachen. Hier kann ich meine SMS ablesen, die da gerade gekommen ist. Ja, ist halt so. Und wir haben also die allerneuste Technik, man spricht von Industrie 4.0. So, wir haben Industrie 4.0, dann kommen so Männer, Forst oder überhaupt so Politiker, so EU-Politiker, die da sowieso nur Blödsinn machen. Brexit ist auch so ein Blödsinn. Die haben, das waren Snobbs, englische Snobbs, die da richtig Gas gegeben haben, die jetzt in der Versenkung, sie haben sozusagen Europa für die Briten versenkt. Und die Briten haben klasse mitgemacht und somit haben die den Brexit und die haben den Ärger. So, wir Deutsche, wenn ich ganz ehrlich sein darf, sind an 75. Stelle der Technik nach Afghanistan. Warum wohl? Wie alles vorgestellt wurde, auch der Computerclub WDR, das waren alle so Stiefmütterchen. Ich meine, der WDR hatte tolle Sachen. Er hatte wirklich Bildung, es war Bildungsfernsehen seit den 60er Jahren. Und wie der Computer so langsam aufkam, gab es ja diesen sogenannten Computerclub, den Stabilen, den Großen, die uns dann vieles erzählt haben. So, wir als Techniker, wir haben die Sachen ja auseinandergenommen. Habe ich euch ja vorhin noch mal gezeigt, ich weiß gar nicht, wo ich es hingeschmissen habe. Ja, und da habe ich euch ja hochgehalten. Aber wo ich es hingeschmissen habe, jetzt weiß ich gar nicht bei der Arbeit, weil ich ja zwischendurch hier für meine Kunden tätig bin. So, meine Kunden wissen, was wir hier anbieten. Die Kunden kommen sehr gerne hier, weil sie ja im Angebot das bekommen, was sie brauchen, nämlich Hilfe an der Maschine. Denn die Maschinen können zwar alles, aber man muss es ja auch beherrschen können, weil durch die Updates verändern sich die Maschinen. Die Programme verändern sich durch die Updates. Man braucht neue Programme. Die Programme werden neu oder wurden neu geschrieben. Schon muss man erst mal das Programm lernen. Früher konnte man direkt damit umgehen. Das war aber vor sehr langer Zeit. Und diese Zeit interessiert ja, wie gesagt, keinen mehr. Ihr merkt, dass ich hier echt vom Wunder bekendte die Borger, den Film, die Borger. Man hat das hier anzuliegen. Ach da, ne. Also. Man hat also mit solchen großen Kameras damals dann schon angefangen aufzuzeichnen. Man hat natürlich mit so hochrangigen Videorekordern mit Jobshuttle und Synchronisationseinheiten die Sachen auf den Weg gebracht. Man hat mit solchen Sachen, wo Overlaykarten eingearbeitet waren, in Blue, in Greenrooms, damals Blue Room, und dann die uralten Schätzkes da, Super 8, Normal 8. Dann kam ja, wie gesagt, das Video 8. Ja. Und dann hatte man riesengroße Scanner mit Scasie-Einheiten, 21 Monitoren da. Und dann hat, so sahen die Studie früher aus, wo gearbeitet werden musste. So, nach 40 Jahren ist natürlich hier ein bisschen mehr hinzugekommen, ist klar. Aber, äh, das Problem ist halt, dass die Politiker jetzt auf einmal, noch einmal, das World Wide Web gibt es seit 30 Jahren. Den Computer gibt es schon seit 60 Jahren. Die Entwicklung war in der Industrie 3.0, da saßen schon Leute vor Computern, vor IBM-Geräten und anderen Nixdorf und wie die alle geheißen. Und nachher Fuji, Fui-G, Siemens, Nixdorf, Computern. Und wie das so ist in der Wirtschaft, jetzt wird alles verkauft und dann wird es zurückgemietet. Und wenn man mit den hochrangigen Leuten sich unterhält, als Firma, Firma to Firma, unterhalten sich anders wie Angestellte, das muss auch mal gesagt werden. Also wenn sich Firmen unterhalten mit Firmen, dann kommen so Sachen, ja, ist doch viel billiger, wir verkaufen unsere Technik und mieten die uns zurück. Dann hat er auch seinen Ärger, nicht ich. Ja, das ist eine tolle Sache, die sich da eingebürgert hat. Ich hatte heute auch sehr viele noch von Krupp. Krupp gibt es ja auch nicht mehr so richtig, Krupp, Thyssen und das Ganze. Ja, wir sind raus, das ist richtig. Ab 50, 60 ist man raus und die Jugend übernimmt und dann haben wir den Salat. Ja, dann haben wir den Salat. Hat nichts mit euch Jugendlichen zu tun, sondern die Erfahrung ist nicht da. Ihr bekommt etwas hingesetzt, ihr seid der Meinung, dass ihr das könnt, weil ihr das ja habt. Aber das, was ihr da habt, ist an sich eine Erfahrung, die schon über 30 Jahre läuft. 30 Jahre Erfahrung haben wir. 60 Jahre Erfahrung insgesamt schon gesammelt, weil man damit auch hineingeboren, also man wurde ja in die Technik hineingeboren. Wir haben uns also die Technik zu eigen gemacht. Wir haben also in den Geräten gehangen, wir haben in den Geräten die Sachen zusammengesetzt. So, heute sitzen wir ja nur noch davor. Ja, keiner nimmt so eine Kamera da auseinander, weil es geht gar nicht. Und wenn, kriegt ihr das meistens, glaube ich, nicht wieder zusammen. Also keiner nimmt heute mehr so wirklich alles auseinander, um es vielleicht reparieren zu können oder um sich schlau zu machen oder aber es durch Ätzen, also Matrizen ätzen und so weiter, wieder irgendwie für sich zu nutzen. Geht gar nicht. Also wir haben ja früher die Sachen auseinander genommen und für sich genutzt und entwickelt und weiterentwickelt. So, die ganzen Entwicklungen sind ja auch durch solche Tatsachen des Auseinanderbauens, des Hineinschauens und des Weiterentwickelens entstanden. So, hier zum Beispiel hatte ich entwickelt, also das waren die Geräte, wie gesagt mit Job Shuttles. Da konnte man passgenau synchronisationsmäßig schneiden zum Beispiel. So, hier drin war eine Overlaykarte eingebaut. Da konnte man alles, was der Computer konnte dann in die Maschinen eingelesen werden, aufgezeichnen. Also eins zeichnete auf und das andere Gerät hat dann diese Aufzeichnung synchronisiert geschnitten. Also da wurde es synchronisationsmäßig geschnitten, analog nannte man das. War richtig Arbeit. Vorfahren, zurückfahren, stoppen, aufzeichnen. War so viel Arbeit. Auch das hier gab es früher keine Scanner. Da musste also durch Umlink-Verfahren, musste das dann aufgezeichnet werden und dann auf dem Monitor übertragen werden. Das war halt so. Was haben wir denn da noch? Also da haben ganz viele Computer miteinander zusammengewirkt und zu der damaligen Zeit war das schon nicht schlecht mit Amiga P90, wie die alle geheißen haben. Ja und wenn man dann da angefangen hat zu schneiden und so alles, so sahen die Studien ja damals aus. Und ja, die war halt eine flexible Geschichte, deswegen war die jetzt nicht eingebaut. Aber es war so. Also in den 60er, 70er, also sagen wir mal von 60 bis 90, 30 Jahre lang wurde entwickelt. So und heute stehen wir vor einem Scheidepunkt Demo, 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 Demo. In Berlin am 23.03. Und jeder sagt Upload-Filter und so weiter. Und da setze ich jetzt einfach an als Fachfirma. Noch einmal, ich bin eine Fachfirma, meine Kunden wissen das, ihr wisst es nicht. Ihr schreibt ja immer nur dummes Zeug unten drunter, das ist der Ausweis für Filme. Und ich möchte halt Filme machen, möchte damit ich jetzt kein Geld verdienen, weil ich bekomme genug Geld durch die Sachen, die ich hier mache, für meine Kunden. So, wenn ich für meine Kunden arbeite, kriege ich genügend Geld. Aber heutzutage durch das World Wide Web, beziehungsweise durch Facebook, durch YouTube und so weiter ist ja leider die Leichtigkeit des Seins entstanden. Es ist ja alles neu, ich verdiene mein Geld, ich nehme meinen Hund auf, ich nehme irgendeinen Dicken auf, irgendeinen Behinderten auf oder ich nehme irgendwo in China auf, wo die Mentalität komplett anders ist und schon geht die Post ab. Ich muss da jetzt nicht drauf eingehen, ich habe mir da einige chinesische Filme angesehen, wie da mit den Hunden umgegangen wird, weil Hunde denen schmecken, wenn ihr so spät, was ich meine. So, ihr seht Tötungsgelichte, Religionssachen, ihr seht hier, ihr seht also eine schräge Online-Feld und Laufen hat sich, ja, das ist ein MIT-Professor, wie Einstein, das ist wie alle anderen Wissenschaftler, die leben in einer komplett anderen Welt. So, ihr lebt in einer komplett anderen Welt, sonst würdet ihr zum Beispiel mit dem Thema Star Wars nicht so umgehen, wie ihr damit umgeht. Ja, so, ich bin ein nüchtern, denkender Unternehmer, muss schmunzeln, wie doch leicht die Firma Disney Geld macht, indem sie Euphorie ausbremst. Ja, sie, Disney bremst die Euphorie aus, das ist schon aufgefangen, sonst sind wir auf der einen Seite nicht so viele, die Star Wars plötzlich hassen oder in der Mitte total neutral sich verhalten oder die übertriebenen Liebenden, ne, die übertreiben da, also wir haben so eine Art Übertreibung im Hass, wir haben eine Übertreibung in diesem Lieben, ne, Love and Hate, Hate and Love und wir, die Neutralen in der Mitte, die auch Händler sind und darüber nachdenken, sollen wir oder sollen wir es nicht. Ich bin jetzt der Meinung persönlich, ich mache es nicht. Für mich ist es so eine Art Hobby, ich brauche auch so ein bisschen Ablenkung, ja, es kann ja nicht sein, dass ich ständig nur arbeite, obwohl Hobby, Beruf, Beruf, Hobby ist immer für mich ein und dasselbe und vielleicht werde ich irgendwann mal wieder diesen Ausweis zippen und sagen, ich möchte einen Film drehen, ist das möglich, dann werde ich sicherlich auch wieder irgendwelche Verträge unterschreiben, weil ohne Lizenz arbeiten geht gar nicht. Deswegen bin ich hochgradig irritiert, dass Herr Foss mit seinem Artikel überhaupt, ich habe ja noch mehr Artikel, ne, von 0 bis, ich weiß gar nicht, wie viele Artikel müsstet ihr an sich die Kanzlei WBS fragen, weil der verdient sich ja mittlerweile eine goldene Nase, ihr fragt ihn ja Sachen und er schmonzt und legt los, weil jeder Unternehmer, er ist halt ein Unternehmer, er ist nun mal ein ausgebildeter Rechtsanwalt, ist ein großer Fuchs sozusagen, der für ARD, ZDF da bekanntlich arbeitet und da hatte ich auch Geld, also er kriegt genügend Geld und ihr glaubt ihm ja auch alles, weil das ist ja auch richtig, ich habe auch Jura studiert, ich weiß, wovon er spricht, nur würde ich solche Fragen nicht stellen, weil ich weiß, wo die stehen, die Antworten im Recht, die sogenannten Rechtsgrundsätze, wo alles verankert vorliegt, braucht man nur, ne, früher muss man halt viele Bücher wälzen und heute geht es halt ein bisschen schneller, ja, wenn die Paragraph 35 brauchen oder noch, dann gucke ich nach, was ist denn los mit Paragraph 35 da, wo er zugehört, ne, so, wenn dir, zum Beispiel, ey, hast du gehört, Artikel, dann stehen dir, was meinst du denn, BGB, ZPO oder Grundgesetz, hä, so, deswegen mache ich heute diesen Videoclip, also meine Kunden, meine Kunden kennen keine YouTuber, meine Kunden finden YouTuber nicht cool, äh, das sind junge Leute, es sind junge Leute, es sind junge Leute, deswegen mache ich das Video, ja, es sind keine alten Leute, die alten Leute, die interessieren sich sowieso nicht dafür, aber die jungen Leute sagen auch, ich verstehe da gar nicht, manchmal meine ich, bin hier in meiner realen Welt weit, weit weg, auf irgendeinem Planeten, Elmerk oder so, und ihr da in eurem, äh, YouTube-Kanal, in eurem Facebook-Kanal, in eurem Star Wars-Forum, ihr seid in irgendeiner Ferngalaxie, kein Kunde kennt euch, ne, also, ich frage meinen Kunden, kennst du das und das, hä, so, dann bin ich derjenige, der euch nennt, damit meine Kunden euch anschauen, so sieht es aus, weil die kennen euch nicht, keinen einzigen von euch, so, ich habe hier sehr junge Kunden hier, die, äh, also, dieses ganze Gedöne da gar nicht mögen, sie wissen zwar, worum es geht, auch bei Instagram wissen sie, worum es geht, Facebook mögen die überhaupt nicht, ja, die sind absolute Gegner von Facebook, äh, ich habe vielleicht ein oder zwei Kunden, da muss ich auch schon schmunzen, weil das hier ist nun mal eine Firma, da ist mir auch aufgefallen, da wollten die irgendwas von mir, dann sollten die da ab 99 Cent bei Facebook etwas bezahlen, auch nicht schlecht, weil ich sehe ja meine Sachen immer kostenlos, ist logisch, ähm, und bin dann verwundert, dass ihr dann plötzlich irgendwie dafür bezahlen sollt, warum, weiß ich nicht, das war eine französische Kundin, keine Ahnung, äh, ist halt, hier ist international, also, ich habe hier internationale Kunden, bin der Meinung, die sind genauso gut drauf wie ich, nein, sind sie nicht, sie interessieren sich nicht für YouTube, sie interessieren sich nicht für Instagram, äh, was sie machen, ist halt WhatsAppen, und ich habe auf WhatsApp auch einige Schauspieler mittlerweile, ich habe auch den Brashant, diesen Bollywood-Darsteller, der bei RTL mal eine komplette Sendung machen durfte, der bei Stromberg in der gesamten Folge anwesend war, und auch im Spielfilm anwesend war, und der auch in diversen anderen Spielfilmen dabei war, und so eine Art Hauptrolle spielen durfte, Brashant, sein Name, so, aber, er wohnt sehr weit weg in Göttingen, und er hat mich auch gefragt, da sage ich, ach, weißt du, ich bin, also ich bin nicht so wichtig, also ich brauche hier keine Promotion, äh, Montenburg war ja hier, aber Jan Raspe war da, und noch ein paar andere waren hier, sage ich, 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 ich selbst brauche keine Promotion, also, meine Kunden kennen mich, und, äh, Online-Kunden brauche ich nicht, ich brauche keine Online-Kunden, weil ihr seid ja viel zu weit weg, geht in eurem Ort da, und ich will hoffen, dass wir da einen perfekten Fotografen, Filmemacher, Copyman und Gestalter habt, wenn nicht, schade eigentlich, meine Kunden sind froh, dass sie so einen haben, das dürft ihr mir glauben, äh, ich kann auch irgendwann mal höflich fragen, ob die Kunden, äh, was sagen würden wollen, ja, vor laufender Kamera, weil gestern kamen einige aus dem, also, aus dem Staunen gar nicht mehr raus, so, das ist mein Beruf, äh, ich brauche da nicht stundenlang für, äh, ja, also, einige sind hochgradig, äh, irritiert, äh, das, wie gesagt, äh, ja, dass es manchmal sehr schnell geht, also, es geht manchmal sehr schnell, und, äh, weil das sehr schnell geht, sind einige hochgradig irritiert, dass, äh, ja, dass es so was gibt. Noch einmal, Computer gibt es seit 1990, ah, ah, seit 1960, Computer gibt es seit 1960, gibt es also auch schon davor, ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, Computer gibt es schon etwas länger, ist richtig, alles richtig, alles richtig, ich rede von der Masse, ich rede von der Masse, wo die Industrien, die, äh, die Armeen, die Staaten, die Wissenschaftler, also die, ja, nach dem Krieg, und im Krieg wurde das ja alles erfunden, auch Enigma, äh, diese Wahnsinnsmaschine, um die da auseinanderzunehmen, wurde ja ein Computer entwickelt, es hat unheimlich lange gedauert, bis Enigma dann auseinandernehmbar war, also, es wurde entwickelt, es wurde entwickelt, es wurde entwickelt, und die Wissenschaftler waren natürlich hochgradig, und so weiter, so, aber seit 90, 99, seit dem Jahr 2000, haben wir halt eine Technik, die begeistert, seit 89 haben wir 30 Jahre lang das World Wide Web, das wir nutzen, äh, wir sagen zwar nur noch Internet dazu, und gewisse Herrschaften stellen uns das zur Verfügung, nutzen aber ganz andere Sachen, also sie benutzen uns, sie schütten uns voll mit Werbung, wir erlegen dieser Werbung, wir sollen dieser Werbung nach, und was weiß ich nicht alles, und die Jugend, the first generation is out, die vierte, fünfte Generation, äh, hat das als Geschenk, und sie gehen mit dem Geschenk um, als gäbe es nichts anderes mehr, die gehen auch nicht rein, die nehmen das auch nicht auseinander, sie schrauben auch nicht an den Computer mehr herum, äh, ja, die CD ist bald weg, die DVD ist bald weg, alles, alles was wir kennen, also das analoge sowieso, da wo wir noch Hand anlegen müssen, wird demnächst weg sein, wir werden irgendwann nur noch einen Knopf drücken, wenn der Knopf kaputt ist, dann hängen wir da, eine Kundin hat mir gerade da hinten auch eine Maschine mal eben kaputt gemacht, jetzt habe ich den Monteur angerufen, ich will hoffen, dass der Monteur kommt und die Maschine wieder in Ordnung macht, ja, ist halt so, ich kann nicht auf alles aufpassen, man kann nicht einfach an so eine Maschine gehen, da irgendwer dran rumrupfen, und irgendwas da reinstopfen, und dann, ups, da geht ja gar nichts mehr, äh, ja, meine lieben Freunde, so ist auch Artikel 13, man kann nicht irgendwas da reinstopfen, und dann, uff, das geht ja gar nicht, erstens, eine Ablog-Technik, eine künstliche Intelligenz und ein Kontrollorgan könnte nur ein Mensch übernehmen, also wir müssten jetzt alle Menschen dieses Planeten engagieren, dass sie, äh, online gehen, das geht nicht, weil nur 50% online sind, 50% der Weltbevölkerung sind nicht online, sie wissen noch nicht einmal, was Datenschutz ist, sie wissen noch nichtmals, was ein Computer ist, sie wissen gar nicht, äh, was auf der Welt so groß ist. 50% der Weltbevölkerung, so, hier in Deutschland leben circa 80, 83 Millionen Menschen, davon schon fast 55, wenn man Pech haben, sogar 60% mehrsprachige Bürger, die also auch noch nicht so, ne, einige arbeiten halt nur mit dem Smartphone mittlerweile, ja, es läuft alles nur noch über das Smartphone, äh, ist ja ein kleiner Computer halt, der leider nicht immer kompatibel ist, kommt immer auf das Smartphone an, aber die meisten haben ja iPhone, Smartphone von der Firma Samsung und somit klappt das schon, ne, so, und irgendwann, äh, werden wir ja nur noch Apps haben, viele ältere Leute haben Apps und somit geht da auch alles viel schneller, weil sie brauchen ja nur draufdrücken und schon funktioniert's, sie müssen ja nicht konfigurieren, sie müssen ja auch nichts machen, mittlerweile könnt ihr ja auch die Filme, äh, auf dem Smartphone schneiden, synchronisieren und, äh, verpixeln oder schöner machen, äh, Fremdwörter werden in den Raum geblasen, die halt nur, äh, gewisse Leute kennen, ja, die rennen dann mit ihren Blasen durch die Gegend, äh, ich hab mir gerade auch die lustigen Schilder angesehen, die da morgen vielleicht hochgehalten werden auf der Demo in Berlin. So, der Brummton fängt wieder an, ich vermute, dass hier wirklich, äh, gearbeitet wird, also über mir wird da wohl irgendwas renoviert und diesen Brummton und diesen Piepton will ich euch jetzt hier nicht, äh, auf die Kamera bringen, mir ist aufgefallen, dass da einige Konvertierungsschwierigkeiten entstanden sind, deswegen hab ich auch einige, äh, Sachen wieder rausgenommen, ähm, so, ich wollte euch einfach nur sagen, dass alles echt ist, es gibt Ausweise dafür, es gibt eine alte Technik, es ist vorbei, das ist vorbei, steht aber alles noch im Lager, ja, wie man da auch so die teure Superkamera nach 40 Jahren hat die sich aufgelöst. Ja, meine lieben Freunde, wisst ihr überhaupt, dass die Maschinen, die ihr habt, sich nicht nur auflösen, da ist nicht nur ein Chip drin, der rückwärts läuft, äh, nein, 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 äh, auch die gesamte Technik, die darin verbaut ist, zum Beispiel, sollte dieses Gerät, sollte repariert werden, also einer von denen sollte repariert werden, ähm, da gibt es ein gewisses Bauteil nicht mehr. Dieses kleine Bauteil, was gebraucht wird, so eine Art Schnapper, ohne die läuft nicht. Irrlo, ne, da ist so viel Technik drin, so wie diesen alten Videos, S4S, Video und Thorne, Godshuttle und was bei Ihnen ja die Dokumentation, die wirklich einsteig sind. Ist defekt. Juhu, nichts geht mehr, kann man auch nicht nachbestellen, meine Mechaniker haben es versucht. So, Schlussthema Star Wars, lohnt sich da irgendwas zu machen, weiß ich nicht. Projekt Star Wars für Ullis, Ullis gucken ja sowieso nicht und auch Star Wars verändert sich, mittlerweile wird die Dekoration leer gekauft, weil ich so einen Jungspund habe, der zu viel Taschengeld hat, für das bisschen Taschengeld kann er sich da was aussuchen, hat er auch gemacht, also wird das auch immer leerer da. Zurückkaufen kann ich jetzt nicht, weil die Preise explodieren, ja, wisst ihr ja selber. Star Wars kann jetzt gerade mal einen Euro kosten, morgen kostet es zehn Euro, in drei Wochen 100 Euro. Das ist Star Wars. So, und deswegen interessiert mich das alles nicht mehr so, ich überlege jetzt wirklich, ähm, ab April, ob ich nicht wieder anfange hier Sachen zu machen, muss ich gucken. So richtig Lust habe ich nicht, weil es kostet richtig Geld und diese Filme kann ich ja dann, wie gesagt, nur privat zeigen, äh, ja, oder halt verschenken, indem ich die bei YouTube hochfahre oder bei Facebook. Morgen! Morgen! Ich möchte einfach am Computer! Okay, nichts mehr ran! Ich hatte ja, ja wohl, ich hatte heute mal wieder sehr, sehr viel Besuch, also Kundschaft, kein Besuch, sondern sehr, sehr viel Kundschaft. Und äh, hat diese Kunden, oder diesen Kunden hab ich mal gefragt, weil die, halt die Dekoration gesehen habe ich ihm erklärt. Das sind auf der einen Seite die Star Wars Haters gibt und auf der anderen Seite die Star Wars Lovers gibt. Auf der einen Seite gibt es die Star Wars Haters, auf der anderen Seite gibt es die Star Wars Lovers. Lovers and Haters. So, dann habe ich gesagt, dass es YouTuber gibt, die Auszeichnung bekommen, weil die Folos, also Zuschauer haben. Einige haben sogar 1,9 Millionen Folos, also die folgen oder Zuschauer. Aber man muss meinen Kunden das alles nämlich erklären. Meinen Kunden muss man nämlich auch erklären, was das bedeutet, einen sogenannten Fanservice zu haben. So, Walt Disney hat keinen Fanservice. Walt Disney möchte Geld verdienen. Punkt, Doppelpunkt. Die, die das Star Wars hassen, leben noch in dem Wahn von Herrn Lucas, George Lucas, der aber damit gar nichts mehr zu tun hat. Doppelpunkt. Ist so. Nehmt es doch einfach mal hin. Und die Star Wars Fans, die Star Wars lieben, so wie er ist, denen ist okay. Ich schaue mir Anresistance, ich schaue mir Rebels an, ich schaue mir alles an, wie es in Ordnung ist. Lass mich da mit den Figuren interessieren mich nicht. Das sind die Lovers. Mit denen kann man sich wunderbar unterhalten. So, jetzt habe ich mich heute mal mit wirklich sehr, sehr vielen Kunden gerade unterhalten, die weder wissen, was der Fossi-Bär da macht, die weder wissen, dass Artikel 30 existiert, die weder überhaupt wissen, was YouTube darstellt, die überhaupt, genau, in einem Umfeld von 100 Kilometern wurde nämlich jetzt mal recherchiert. Alles wurde extra gemacht. Alles wurde extra gemacht. Genuschelt oder was weiß ich auch immer. Um Reaktionen zu haben, um es den Kunden zu zeigen und auch darüber zu philosophieren, warum Sir Berners-Lee im November ein Manifest, auch das weiß keiner, dass es ein Manifest gibt, dass er es ändern möchte. Dieses Monster-Internet möchte er nicht mehr. Er ist absolut dagegen, gegen dieses Monster, wo er ja auch vollkommen recht hat. Das Monster-Internet ist ja gar nicht mehr das Internet, beziehungsweise das World Wide Web, so nennt er es immer noch. Deswegen heißt es ja For the Web. Ja, es ist halt so, For the Web, wir sind halt fürs Web und ich werde auch sicherlich so einen kleinen Mini-Trailer machen, warum ich für das neue World Wide Web bin. Das neue World Wide Web beinhaltet, dass alles mir gehört, mein Name, meine Adresse und so weiter. Eine junge Frau sagte gerade, an sich haben die doch schon alles. Die haben sogar unsere Konfektionsgröße. Auf eine Art hat sie recht. Es kann ja nicht sein, dass die große Gang war. Alles hat Google, Amazon, Facebook und Apple, dass sie unsere Daten so... Ich habe mit sehr vielen Jugendlichen gesprochen, die auch mittlerweile mit der Playstation nicht mehr so gut, weil auch da sie ihre Daten freigeben sollen. Sie müssen online schalten, sie müssen sich... Ich habe ja sehr viele Ideen, die ich das hier freischalten muss, deswegen bekomme ich das ja mit. Sie müssen halt Updates machen, dann kommen sie hier mit den Geräten, dann machen wir hier Updates für die Station oder andere, auch Xbox. Also es muss upgedatet werden, man muss seine Daten freischaufen, man muss seinen originalen Namen freigeben. Man darf also nicht mit einem Künstlernamen... Und wenn man einen Namen eingibt, dann heißt es, sie wollen sich mit einer Firma anmelden, sie wollen sich mit einem Künstlernamen anmelden. Dann muss man sich identifizieren, man muss seinen Ausweis kopieren, man muss seinen Ausweis dann dorthin schicken, wenn man als Künstler arbeiten möchte und so weiter und so fort. Worauf möchte ich hinaus? Also wie gesagt, Walt Disney hat keine Fanbase, Walt Disney bietet euch keine Fanbase, Walt Disney möchte Geld verdienen, Walt Disney hat seine eigenen Star Wars Stores und Händler kriegen da nicht solche Lizenzen. 2014 wäre Lego sogar pleite gegangen, das wissen auch wenige. Da hat halt das Star Wars, also diese Auflage mit Star Wars Lego doch schon gerettet. Und eure Videos kann ich nur sagen, also eure Videos sage ich einfach, ich bin ein Fan von euch, ich bin ein Fan von euren Videos. Nicht nur, weil ihr 1,9 Millionen Folos oder Zuschauer habt oder Klicks, nein, einfach nur so, weil hochgradig interessant zu sehen, was da so abläuft. Dann wie gesagt, auf der einen Seite die Lovers, die nehme ich jetzt zum ersten Mal als erstes, die die Star Wars wirklich mögen und die halt Star Wars nicht mögen. Ist halt so. Ich werde mir das ansehen, diese Demo, Demo, Demo in Berlin. Vielleicht mache ich auch noch einen Videoclip vorlaufender Leinwand. Ich habe hier auch ziemlich groß, ich habe 7.1 etc. Ich schaue es mir an, ob die Tonqualität und Bildqualität gut ist. Mache ich vielleicht nochmal so eine Aufnahme. Ich habe an diesem Wochenende sehr viel vor. Ich möchte an diesem Wochenende auch sehr viel machen. Ich schaue mir auch gerade wieder hier Figuren an, weil ich ja einige Figuren, wie ich schon gesagt habe, verkauft an Jugendliche, weil Jugendliche haben nicht so viel Geld und ich sehe auch nicht ein, dass ich jetzt hier 45 Euro, 45 Euro plus 38 Euro versand, so teuer wäre diese Figur und ich habe sie eben für 20 Euro verkauft. Müsste ich jetzt gucken. Also mein Großhändler hat leider keine. Ich kann bei meinem Großhändler leider nichts mehr einkaufen. Und noch einmal an alle Zuschauer. Meine realen Kunden kennen kein YouTube, kein Facebook. Sie WhatsAppen zwar, aber sind froh, wenn sie das gute Stück Phone, was sie da in der Hand halten, mit umgehen können. Da sind die froh, wenn das so ist. So, wir feiern jetzt 40 Jahre analog-digitale Wandlung. 40 Jahre sind wir in der Wirtschaft involviert. Werde mir sicherlich an dem Tag irgendwas einfallen lassen. Prozente oder was. Jedenfalls werden meine realen Kunden beschenkt an dem Tag. 40 Jahre dieses Jahr, am digital-analogen Wandlungsmarkt der Welt des Cyberspace in den 80ern, in den 70ern, in den 60ern mit angefangen, dabei zu sehen, zu staunen, wie die da am Arbeiten waren. Und ja, heute sitzt man und nutzt. Ja, heute nutzt man halt das Angebot, wie ihr auch. Wir nutzen es. Wir nutzen YouTube. Wir nutzen Facebook. Wir nutzen Google. Google hat mir auch schon geschrieben, dass die, das können die ruhig, also ich bin froh, wenn Google da das Ganze löscht. Ja, Google Plus wird gelöscht. Bilder werden gelöscht. Es soll alles löschen. Ich will das gar nicht haben. Ich werde da auch keine Archive, also mir ist das alles weg, weg, weg. Am liebsten, bin ich ehrlich, am liebsten alles löschen. Alles löschen, komplett auf Null setzen. Ich glaube, das wird Tom, Entschuldigung, Sir Tim wohl nicht machen. Also wenn Sir Tim, Bernard Lee, das World Wide Web, also sein, dieses Monster Internet, zumacht. Ja? Und neu irgendwie hochfährt mit seinem Solid oder so. Also mittlerweile kommt ja For the Web, ja? Ich will hoffen, dass auch ihr irgendwann mal schlau werdet und das For the Web nehmt und nicht mehr das Monster Internet, ja? Ihr unterstützt immer noch Gagpa. Ja? Google, Facebook, Amazon, Apple. Ja? Ähm, auf eine Art ist es schon richtig, wenn die zahlen würden, das wäre auf irgendeine Art schon in Ordnung, wenn die von vornherein irgendeinen Obolus zahlen müssten, so wie wir an der GEMA was zahlen müssen, wenn wir jetzt hier Musik machen, äh, ja, irgendwas machen, öffentlich machen, wo jeder zugänglich ist, müssen wir ja der GEMA Geld geben, ja? So, wir müssen der GEMA Geld geben und so wäre es an sich fair, wenn die Gagpa, na? Google, Amazon, Facebook und Apple und diverse andere Großkonzerne von vornherein in irgendeinen Topf, einen urheberrechtlichen Topf Geld rein schicken, wo dann, wo dann die ganzen Künstler irgendwie, äh, Gelder bekommen. Am besten wäre eine Künstlersozialkasse, äh, wie wir sie ja haben, in Bremen gibt's die Künstlersozialkasse, wo echte, waschechte Künstler, die wirklich nur von dieser Kunst leben, eine Sozialkasse haben. Man könnte also eine neue Online-Kasse errichten, eine neue Online-Kasse für Künstler, obwohl, und da ist ja das Problem. Wir haben jetzt Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir haben hier 83 Millionen Menschen, sagen wir 80 Millionen, hier in Deutschland, davon 65% mehrsprachig, wir nennen uns aber Deutsch, wir nennen uns Deutschland, wir haben 16 Bundesländer, so, das sind also 80 Millionen urheberrechtliche Personen, die, sagen wir mal, in diesem Moment so ein Schild oder diese Schilder in die Luft halten oder solche Schilder besitzen. Und, ja, das ist jetzt ein Foto, das ist ein Foto von mir, dieses Video ist von mir, ist urheberrechtlich erstellt worden, durch mich, durch meine Gedanken, ob nun in Englisch oder ob nun in Deutsch. Die Resonanz ist auch gekommen, durch euch, und ihr habt auch euer, also jeder Mensch hat jetzt sein eigenes Urheberrecht öffentlich, hat er schon immer gehabt, nur das Problem ist, wenn er jetzt mit einem Foto, also mit seinem Smartphone ein Foto macht, muss halt die angebliche Intelligenz nachsehen, ob das Foto schon mal von einem Profi gemacht wurde, der damit Geld verdient, oder nicht. So, also ich, totaler Blödsinn. wenn wir ehrlich sind, 9 Milliarden, 9 Milliarden Euro, also 1 Euro, mal 9 Milliarden Menschen, könnt ihr selber ausreden, wie viel Geld das ist, äh, Tote, gerade frisch Geborene, also jeder, jeder auf diesem Planeten, jeder auf diesem Planeten, sogar eine Hund, Katze, Mickey, Maus, keine Ahnung, äh, ein Floh, oder, keine Ahnung, oder eine Maus, eine Ratte, als urheberrechtlich geschützt, wenn die, was weiß ich, dressiert worden war, oder, wenn in dem Moment, die abgelichtet worden ist, und dann eine berühmte Maus, Ratte, oder was weiß ich, da rausgeworden ist, oder China, China, wenn die Hunde da getötet werden, äh, hältst du drauf, und dann hast du ja eh deinen Ärger, dass du das gezeigt hast, aber du bist ja Urheberrecht, also du bist das, du hast das Urheberrecht, des Fotos, des Films, dessen, wie der Hund dort getötet wird, in China, China, und dann nachgegessen wird, in China, so, in China, wurde gemerkt, mir ist es egal, ob es China oder Japan, jetzt gerade eben einen Reissack platzt, oder umkippt, ja, im vierten Regal, hinten links, ist mir sowas von, Jacke wie Hose, also noch einmal, also ich mache dieses Video, wegen der Demo, wegen dem Artikel 13, als Fachmann, 40 Jahre involviert, analog-digitale Wandlungen, Cyber-Space, und Internet-Café, so heißen die ja heute, aber wir waren für Cyber-Space-Café, weil die Leute wissen ja auch, bei uns noch viele, viele, die heute auch, dass wir wieder keine, in Wahrheit sehen, in den 90ern, wie 1995, da haben wir sogar Ärger bekommen, weil Jugendliche die Schule, da haben die Jugendlichen die Schule geschwätzt, und bei uns am Sega-Gerät, PS4 und Nintendo-Geräte zu doppeln, zu spielen, ja, 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 da haben wir einen auf den Sack gekriegt, weil die Jugendlichen nur bei uns waren, und nicht in der Schule, weil die ja dann plötzlich, angezogen wurden, wir haben da 40, 50 Sega-Geräte hingestellt, eine riesen Session, für Sega gemacht, und dann kamen die Jugendlichen, ist klar, der Umsatz brummte, ist ja logisch, die wollten alle die Spieler, und die Spielkonsolen haben, und so weiter und so fort, wie dann die Station kam, die PS1, also das Urgestein, mit dem Dangle hinten dran, da haben die da, ja, kopiert, wie die Weltmeisterung, also es war schon eine schöne Zeit, also denkt bitte dran, denkt bitte so, ich hab da jetzt, warte, hallo, ich komme, ich komme, das beste Beispiel, dieser Figur hier, ne, Darth Reven, Darth Reven, so, diese Figur, kam eine Zeit lang, 154 Euro, ich habe sie mir jetzt, an alle gelegt, na, Nummer 34, wie gesagt, 154 Euro, eine ganze Zeit lang, ich glaube, 2017, 2018, dann auf einmal, ging sie runter, auf 89, 69, ja, ich habe diese dann, einem gegeben, für 89, 95, ich sage, ich komme 80 Euro, damals, so, heute kostet das gute Stück, am 22, 23. 3. 2019, 24,80 Euro, bei Amazon, ja doch, ist die selbe, ich habe ja gerade, reingeguckt, 24,95 Euro kostet die jetzt, ähm, ist dieselbe, 6 Inch, 15,2 cm groß, die Nummer 34, kostet jetzt, heute 24,95 Euro, heute kostet die 24,95 Euro, trotzdem gebe ich sie nicht ab, für einen 10er, ja, einige Jugendliche haben ja nur einen 10er, suchen sich eine Figur aus, um die dann für einen 10er zu kaufen, äh, bei der Figur geht es nicht, wenn Amazon es ja irgendwann mal für 8,90 Euro auf den Markt werfen sollte, dann kann ich es ja auch für einen 10er abgeben, weil nur verschenken geht ja nicht, so ich halte jetzt nicht noch mehr Figuren hoch, das war nur ein Beispiel, äh, was mit Star Wars los ist, ja, Star Wars, äh, da bekommt man schon 3 Figuren, für 60 Euro, ja, mittlerweile, was vorher nicht war, wir haben hier Figuren, die angeblich ja, weiß ich noch, 99,95 Euro hätten gekostet, kosten jetzt 25, ja, mit Vollelektronik und das alles, sogar Hasbro Star Wars, äh, Black Serie 6 Zoll Luke Skywalker, sollte 109 Euro kosten, kostet jetzt 50 Euro, deswegen lohnt sich das nicht, auch Darth Vader kostet mittlerweile 27 Euro, sollte auch 109 kosten, weiß ich noch, also die Preise sind, im Jahre 2019 so dermaßen im Keller, dass, äh, als Händler ist mir das egal, ich verkauf's gerne, auch für wenig Geld, aber für euch Sammler, für euch Sammler ist, da muss ich mal gucken, ob er noch da ist, nee, der ist schon weg, aber mittlerweile kostet der auch nicht mehr so viel, äh, von Rogue One, ja, ich hab auch noch andere hier, die sind auch nicht mehr so teuer, ja, die Preise sind halt, human geworden, ja, sogar, äh, Sabine Wren, die mir 49,95 Euro gekostet hat, die ist leider auch nicht mehr da, kostet jetzt mittlerweile nur noch 29, ähm, dann Jubak, Sand Trooper, äh, nur noch 60 Euro rum, 59,95 Euro heute, sogar Ray kostet nur 10,95 Euro in 6-inch, ja, sogar, äh, Director Krennic, Director Krennic kostet heute 15,95 Euro, noch ist er da, ja, noch ist er da, aber hat richtig Geld gekostet, also, deswegen verstehe ich das schon, ich verstehe schon, Hater and Lovers, ich verstehe es, weil, äh, der junge Mann wollte unbedingt den haben hier, aber geht nicht, Hallo, grüße, Morgen, jeden Tag, mache ich urheberrechtliche Sachen, ne, einmal hier so, oder so, ne, das waren noch Zeiten, weil ich das anbiete, ne, urheberrechtliche Sachen, auf eine Art bekommt ja, der Kunde, wo ich gerade unterbrochen, habe ich ja auch wieder Bilder gemacht, für den Kunden, weil er Bewerbungsbilder braucht, die bekommt ihr dann auch digital, ne, bin ein Fan von euch, das bleibe ich auch, so, ähm, Urheberrecht, neun Milliarden Menschen, auf diesem, also jeder Mensch, auf diesem Planeten, geboren, verstorben, äh, oder gerade alt, oder nicht alt, soll gefragt werden, ob er dieses Foto gemacht hat, sinnbildlich, lass mal den ganzen, also die Demo ist in Ordnung, Demo Demo Demo, Artikel 13 und anderen Blödsinn, wir haben so viel, wichtige, Probleme, die gelöst werden müssten, die aber nicht gelöst werden, weil Politiker mittlerweile, irgendwie abgehoben, oder einfach den Sinn von Politik, nicht mehr erkennen, Frau Wagenknecht ist gegangen, aus welchem Grund auch immer, andere kommen nach, ob die Linke dann, vielleicht doch irgendwann, in die SPD mit einfließt, oder die SPD in die Linke einfließt, keine Ahnung, jeweils der Marxismus, der ist jetzt, äh, eben beendet, sozusagen, weil Frau Wagenknecht, war ja 100% marxistisch, so, Politik, jeder will politisch, konform sein, mh, wir haben eine Klientel, von YouTubern, die keiner kennt, ist so, ihr habt 501,9 Millionen, aber trotzdem kennt euch keiner, ich habe gerade noch eine Kundin gefragt, die guckt mich an, wovon sprichst du, ja, ich möchte gerne wissen, kennt ihr, aber kennt ihr die nicht, nein, kennt ihr die nicht, und ihr habt 1,9 Millionen Fotos, Zuschauer, Klicks, äh, die Kanzlei WBS, kennt auch keiner, äh, ich stelle die alle vor, hier, schaut mal, schaut mal, kennt ihr die, nö, dann schau sie dir an, dann kennst du sie, ne, bin ja Gönner, aber das muss ich einfach mal sagen, ich sage jetzt in laufender Kamera, ich bin mehr bekannt, wie die, die da bekannt sind, und, äh, das irritiert mich ein bisschen, man meldet sich, man meldet sich ja auch hier an, um da drunter, zu schreiben, ja, also, bin ich mehr Star, wie die anderen Stars, die angeblich Stars sind, mh, gut, machen wir den, hören wir auf, äh, Schnitt, Cut, okay, also, wie gesagt, ähm, das Ganze funktioniert ja so, dass, äh, gezielte Gruppen, so gezielte Gruppen, die zusammengehören, äh, für gezielte Gruppen, was machen, so nennt man das ja, Fernsehen wird ja auch für gezielte Gruppen gemacht, ARD, ZDF, Merdo, Klientel, 60 Jahre, äh, Jugendlich halt unter Funk, bei YouTube, äh, es wird produziert, es wird Geld ausgegeben, es werden Castings durchgeführt, dass dort, wie gesagt, Leute arbeiten, mir ist das egal, ich mach das, wie gesagt, seit 40 Jahren, analog, digitale Wandlungen, seit 30 Jahren, online, in den 30 Jahren, die Entwicklung mitgemacht, wie alles erfunden, wie alles uns angetragen, möchtest du, überlegt auch, soll was aufnehmen, ja, haben wir, Cyberspace Bar, in London, gibt's auch nicht mehr, Sega Haus, weiß ich nicht, müsste ich noch ein Piccadilly mal eben hin, gucken, ob es das Sega Haus da noch gibt, oder könnt ihr gleich mal gucken, ob, äh, ich da eine Kamera finde, Webcams, man kann ja auch Webcams machen, man könnte, ja genau, was ist denn eigentlich mit den ganzen Webcams, die, äh, sind hier nicht urheberrechtlich, ähm, wenn ich zum Beispiel in London, die gewisse Straße, wo die Beatles lang gelaufen sind, wenn ich darüber husche, äh, und in die Kamera, meinen Blödsinn mache, oder mit meinen Freunden genau das mal nachmache, was die Beatles da gemacht haben, das passiert ja nun mal da, die Webcam könnt ihr, ihr könnt ihr anklicken, ihr könnt die Webcam anklicken, und dann könnt ihr euch das anschauen, zum Beispiel, äh, ja was ist denn, genau, was ist denn mit den Webcams, die sind öffentlich, die kann ich abrufen, was ist denn da mit diesem sogenannten Urheberrecht, die Frage stelle ich euch jetzt, was ist mit den Webcams, die sind auch urheberrechtlich, die, da kann ich rein, ich kann mir Hamburg anschauen, ich kann mir, wie gesagt, diese gewisse Straße in London anschauen, ja, was ist denn damit, ich finde den Herrn Voss, so richtig, Vossi-Bär von der Sesamstraße, beziehungsweise Muppet Show, dieses Fossil, ja, Hammer, also jedenfalls nie wieder CDU, weil sowas unausgegoren ist, wie Artikel überhaupt, 1 bis, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, wir reiten auf 13 rum, wir reiten auf 11 rum, 9a rum, dabei gibt es ja Artikel 1 bis unendlich, äh, in dieser sogenannten Verordnung, die da gewisse Regelungen treffen, also das neue Urheberrecht, und mit, gemischt mit dem neuen Urheberrecht, Deutschland will da seine eigenen Sachen mitmachen, ich finde das sehr interessant, das mache ich jetzt auch mal, in eine Webcam einzudringen, und, ja, ich dringe jetzt wie gesagt in eine Webcam ein, und schaue mir das an, Webcam London, Webcam London, can, London, und schaue ich mal, so, live Webcam Tower Bridge London, so, 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 wo ist es, London, so, Tower Bridge of London, wenige Zeit, wabah, können wir gleich in London, jetzt, kann ich gucken, was da so abgeht, muss eben warten, äh, warten, ja, hier, also, meine lieben Freunde, wir sind jetzt live in London, in der Webcam, so, was ist denn jetzt mit Artikel 13, ich kann jetzt sehen, wie die da herfahren, ich sehe an der Tower Bridge, ich sehe, wie die Leier laufen, ich sehe die Menschen da unten, ich kann die ranholen, ranzoomen, äh, was ist denn da mit Artikel 13, schon mal drüber nachgedacht, oben rein ist ja immer noch Brexit, ne, ja, die haben mit Europa ja nichts zu tun, so, ich kann mir das alles angucken da, das Wasser läuft da, das macht richtig Spaß, um 14.45 Uhr was da los war, 17.45 Uhr am 21.03., kann um Mitternacht um 31.00 Uhr angucken, was da los war, da, die Schiffe, ne, alles wunderbar, kann ich mir angucken, live camp, ne, ich kann auch, wie gesagt, in die Straße rein, in London, die besagte Straße, ja, äh, sehen und erleben, Sehenswürdigkeiten, kann ich hier live abrufen, ja, ich kann auch in Frankreich rein, ich kann mir auch, über eine gewisse Cam, kann ich auch die Unruhen sehen, äh, da spricht keiner drüber, oder, das hat euch schon mal aufgefallen, Webcams, ich kann auch die Webcam von der NASA anrufen, ist kein Thema, das geht wirklich, ich muss ja nur die gewisse Adresse eingehen, ich finde es super toll, wenn Jugendlichen die IP erklären, damals hat das die Susanne gemacht, Susanne erklärt die IT-Welt, fand ich super, ich fand das super, wie sie das gemacht hat, unter Sevenload, also noch einmal, wir haben das schon vor 40 Jahren gemacht, ja, das was ihr heute macht, und ihr nennt euch heute YouTuber, schön für euch, gratuliere ich ja auch, und ich halte das nochmal hoch, ne, so, wir haben das vor 40 Jahren schon gemacht, und ich hoffe, dass Sir Berners-Lee das neu macht, und dass es auf den Weg gebracht wird, vor 60 Jahren, und vor weit über 100 Jahren, lief das Bild zum ersten Mal, und wir machen aus diesen uralten Sachen, machen wir heutige Datenträger, die heutigen Datenträger nennen sich USB-Stick, oder noch andere Sticks, demnächst, ach, was man uns alles schon als Datenträger geben wollte, solltet ihr mal drüber nachdenken, es kommen sicherlich ganz, ganz neue Datenträger, nicht nur das Streaming, ja, ja, man streamt auf dem Phone, man nimmt auch auf dem Phone, ich habe gestern noch einem Kunden gesagt, es gibt schon mittlerweile 256 Gigabyte, auf so einen kleinen Chip, der dann ins Phone kommt, der hat mich angeguckt wie ein Auto, und dann sage ich, ob ihr Phone, das kann, weiß ich nicht, ich spreche hier von Samsung, ich spreche hier von iPhone, Apple, die können sowas, aber ob ihr das kann, Swiss hieß das Telefon, ich kenne das Swiss nicht, ich kenne auch Huawei nicht, ich meine, also kennen tue ich niemanden, und kennen tue ich auch keine Technik, ich schaue sie mir an, und schaue, ob es möglich ist, und wenn ich sage, das passt in einen Slot, dann schaut ihr mich an, was ist jetzt ein Slot, also noch einmal, 95% haben überhaupt keinen Plan, vom World Wide Web, vom Internet, von der, was weiß ich, 95%, also hört auf, es sind gerade mal 5% von 83 Millionen, die Plan haben, vom World Wide Web, und was Computer, was Phone, 5%, das muss mal gesagt werden, hört endlich auf, sagt dem Politiker noch bitte einmal, dass das alles gar nicht gibt, dass es keine künstliche Intelligenz gibt, es gibt keine Software, die das kann, hört auf, die sollen aufhören, und wir brauchen ein neues, wir brauchen einen Webvertrag, wo jeder Mensch sich daran hält, an diesem Webvertrag, was anderes geht es nicht, wir brauchen ein neues World Wide Web, wir brauchen einen Vertrag, einen Word Webvertrag, woran sich jeder Mensch hält, und jeder Mensch hat seine eigenen Daten, seinen eigenen Namen, seine eigene Herkunft, und gibt nur das Preis, was er gerne preisgeben möchte, Ready House, Mickey Mouse, viel Spaß an der Demo, viel Spaß in Berlin, ich hoffe, ihr habt volles Wetter, und ja, denkt an das World Wide Web, wenn wir das nicht haben, Ich bin hochgradig erstaunt, dass ihr die Datenschutzverordnungen, überhaupt die gesamten Verordnungen, ihr seid ja nur gegen Artikel 13, diese gesamte Datenschutzverordnung, jetzt hier online, ist doch eh ein Betrug, ich bin gezwungen, Cookies zu nehmen, ich kann nicht sagen, nee, möchte nicht, ich habe also keine freie Entscheidung, das ist gegen das Gesetz, das ist so, ich muss auch frei sein, nein zu sagen, zum Beispiel, Hallo, grüß Sie, für alle Demonstranten, Neuland, Sie wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen, aber Sie wollen sofort eine Verordnung, eine Verordnung anstatt eines World Wide Web Vertrages, ein Vertrag für alle Menschen, einen World Wide Web Vertrag, damit jeder sein eigenes Ich behält und nicht abgeben muss, die Werbung hören nicht auf, die Verfolgungsartikel hören nicht auf, es wird ja immer schlimmer und ob Sir Berners-Lee das GACFA-Unternehmen da zerschlagen könnte, glaubt kaum, sogar Herr Trump glaubt das ja noch nicht einmal, so, die GACFA, das ist Google, Amazon, Facebook, Apple und das sind einige der Großen, der Microsoft Bill Gates ist ja an der Randerscheinung, er macht ja nur das Betriebssystem und er hilft ja auch vielen, er hat auch sehr vielen in Afrika geholfen, die online gehen können oder mit einem Computer umgehen können, wenn Herr Sir Berners-Lee das Patent drauf angemeldet hätte, hat er ja nicht, dann wäre heute vielleicht auch eh alles anders, ich meine aber, er ist der Urvater, er ist also der, der es erfunden hat, ich habe das gerade nochmal gelesen, er war vor ein paar Stunden nochmal online, weil er ja im Mai sein Solid und sein neues Web vorstellen möchte, er möchte, wie gesagt, die GACFA zerschlagen, er möchte den Irrsinn, ja, zerschlagen, er will auch auf den Irrsinn hinweisen, dass das alles gar nicht so ist, wie es ist und wie gesagt, meiner Einer hier wundert sich, ich habe gerade vor ein paar Minuten noch die Leute angesprochen, weil wir ja, wie gesagt, 40 Jahre analog digitales Wandeln feiern und da habe ich auch gefragt, wenn ich mit euch so unterhalte, verstehe ich es nicht, dass ihr überhaupt nicht wisst, worum es geht, ihr wisst nicht über Artikel 13, ihr wisst nicht, was los ist, ihr wisst die Wandlung nicht, ich verstehe das wirklich nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht, ich meine, ihr seht ja selber, ich muss ja eh alles alleine machen und wenn man alles alleine macht, dann passieren schon mal Fehler, da ist ja keiner da, der nochmal nachschaut, oder über, ist keiner da, so, und die, die da waren, passt nicht, weil die das nicht konnten, sie konnten es nicht, keine Ahnung, warum sie da waren, sie konnten es nicht, sie können es nicht, wie gesagt, die anderen Schauspieler, da funktioniert es nicht, weil sie sind so weit weg, ich brauche das nicht, ich meine, ich feiere jetzt alleine hier, 40 Jahre analog, digitale Wandlungen, 40 Jahre am Markt, und wie gesagt, nachdenken, ganz irgendwie nachgucken, zwölf Jahre, genau, zwölf Jahre, zwölf Jahre bei YouTube, und das Ganze, wie gesagt, nicht so, ich habe mich nie darum gekümmert, ich wollte auch nicht unbedingt irgendwelches Publikum erreichen, ich wollte auch nie ein Style, da werden, weil eine reale Firma zu führen, ist schon, doch heftig, ich habe halt im Moment Zeit, ein bisschen, oder sagen wir mal so, ich nehme mir die Zeit, ich habe an sich gar keine Zeit, aber ich nehme mir die Zeit, um halt, solche Videoclips zu machen, mich hier runterputzen zu lassen, anzu, aber stimmt ja gar nicht, für 99% habe ich Spaß, und das ist, das zählt, ich habe also 99% Spaß, und ich habe auch meine Ansprechpartner, ich habe hier meine 99% anderen Logisten, also meine Kunden, mit denen ich auf eine Art Spaß habe, und das Problem ist halt, dass sehr viele schon gegangen sind, sie leben halt nicht mehr, und das so etwas ja nur am Anfang Spaß macht, ja, man baut da irgendetwas mit Star Wars Kulisse, oder man macht eine Star Trek Geschichte, oder man baut draußen riesengroße Darth Vader auf, oder so eine Zeit lang, wow, und dann ist Ruhe, ich müsste jetzt, nicht wieder neu erfinden, aber jetzt feiere ich erstmal 40 Jahre, 40 Jahre analoge, digitale Wandlung, und jetzt halt nur noch digital, also analog, digital, wandeln machen wir immer noch, aber überwiegend jetzt digital, Bearbeitung, digitale Aufzeichnung, digitale Bearbeitung, oder wir erklären den Kunden, wie sie das machen, wir führen es dann nur noch aus, natürlich werde ich mich jetzt, nach dieser 40 Jahre feiern, also im Jahre 2020, werde ich mir sicherlich wieder was Neues ausdenken, weil dann ist auch Star Wars vorbei, dann geht Star Wars in das 43. Jahr, wir gehen dann in das 41. Jahr, und sind ja fast so alt wie Star Wars, in den drei, also in diesen 40 Jahren, sind wir ja 30 Jahre bei Star Wars involviert gewesen, ja, haben also Werbung gemacht und so weiter, dass das jetzt so ausartet, dass YouTube so ausartet, dass das Internet halt so ausartet, konnte ja auch ein Herr Berners-Lee nicht, konnte keiner, Problem ist halt die Politik, Problem ist halt die Wirtschaft, Problem ist die Gakwa, die Herrschaften da, die das knallhart durchziehen, und gesetzter Fall, die gäbe es nicht mehr, was ist denn dann? Also, der Artikel 13, kann man in der Tonne kloppen, weil das ein totaler Schwachfug ist, was ist denn mit den ganzen Webcams überall, die freigeschaltet sind, die ich jederzeit on air anpiepen kann, und mir anschauen kann, Fotos ziehen kann, die sind on air, die sind öffentlich, zugänglich, ich kann wie gesagt London mir anschauen, habe ich auch gerade gemacht, und egal wo, ich kann Berlin an, Hamburg, ich kann mir alles angucken, ich sehe wie die Schiffe fahren, ich sehe wie die Leute daher gehen, ich kann auch andere Webcams ansteuern, in Kanada kann ich sehen, wie die Autos fahren, wie die Elche da durch die Gegend dackeln, in Kanada, ich kann alles möglich, da wo eine Kamera ist, kann ich abrufen, ja, ich kann sogar im Space Shuttle da oben, wenn die das freischalten, die NASA kann ich live zuschauen, das ist auch öffentlich, also, was soll das, also, also irgendwas stimmt hier nicht, ich meine, dass der Springer Verlag, den Herrn Foster jetzt, äh, bekniet hat, äh, da wird das reichlich viel Geld dafür bekommen haben, anders geht es nicht, ohne Geld macht keiner, macht keiner, keiner bringt eine Verordnung auf den Weg, wenn er dafür nicht irgendwie entschied, ledig wird, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, der Herr Voss, da müsst ihr mal angreifen, da müsst ihr mal gucken, was Herr Voss an Gelder bekommen hat, um diesen Artikel als Postillion auf, äh, nach vorne zu reiten, ja, also, im Sonst macht der Herr das nicht, ja, zumal er aber auch keinen Plan hat, ja, der hat überhaupt keine Idee, der weiß ja überhaupt nicht, was Technik ist, ja, KI, er spricht auch davon, künstlich intelligent, ja, und dann die Sätze umformieren, da sind ja keine Maschinen, was soll denn sonst sein, es sind Maschinen, die umgesetzt werden, da irgendwelche Schlüsselparameter herauszunehmen, werden programmiert, wie bei den ganzen Hashtags da, was weiß ich, Licht, also, da wird alles reingepackt, was es möglich gäbe, also, würde gar nichts mehr geben, genau, es würde schwarz bleiben, von vornherein, deswegen haben wir ja auch, so eine Schwarz-Sache gemacht, auch wir, ja, alle haben so Schwarz-Sachen gemacht, denn das wäre, also, das Netz wäre dann schwarz, aber nur für uns, nicht für die anderen, denn die anderen dürfen ja, durch Lizenz uns lieben, egal, ob das Edgar Wallis, und Spielfilm, oder Sci-Fi, oder keine Ahnung, was man da bei YouTube alles, äh, hochfahren kann, streamen kann, sich anschauen kann, genau wie bei Netflix, Amazon Prime, und demnächst Disney Plus, und dann sogar Apple, können wir demnächst alles abrufen, 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 wir können auch Websites abrufen, wir können auch Webcams abrufen, ähm, zum Beispiel, wenn man eine tolle Webcam findet, wo wirklich viel los ist, kann man nur zuschauen, so farblich, das reicht ja, so, und, äh, deswegen, Artikel 13, meine lieben Freunde, kommen, die sind ja wieder ein Karte, ja, und, äh, zum Abschluss, die rote Karte, gegen die EU, die rote Karte, gegen alle Politiker, es kann doch nicht sein, dass, äh, das World Wide Web, das Internet, das Monster, ein Neuland für Politiker, ein Neuland, wenn man keine Ahnung hat, sollte man raus, raus für Politik, tut mir leid, raus, weg, äh, es tut mir leid, dass dieser Gedanke zerstört wurde, muss ich einfach mal so sagen, hi, einfach ran, genau, ja, klar.